guten morgen ihr lieben also wir hatten eine traumhafte nacht die meisten sind ja schon aufgebrochen wir sind hier auf einen stellplatz von einem parkplatz von der autobahn da wurde uns von der app empfohlen hier stehen auch noch mehrere camper war eine traumhaft ruhige nacht ich glaube außen waren ein grad dann haben wir unsere heizung war muschlich warm hinter uns ist ein gratis wc und durch gebäude sehr sehr sauber also mega also war eine tolle empfehlung dieser stellplatz wenn man kein essen mit hätten wird man hinten bei backdonalds frühstücken oder hier geht auch weiter naja so wir haben jetzt circa noch eine stunde dann sind wir in litauen und wir versuchen heute bis riga zu kommen also würden wir heute nacht an der ostsee stehen da suche ich jetzt noch einen schönen stellplatz gut da wisst ihr bescheid ihr lieben macht's gut jetzt gibt es erstmal ein schönes zitronenbier dass der dennis heute zwei stunden auto gefahren ist und meine frau die kocht mir jetzt spaghetti carbonara und atom bekommt bemeni und die anna kriegt salat unter mir hat es dir gefallen heute atom war es gut heute also uns geht es gut wir fahren morgen nach tallin werden dort die nacht schlafen und dann tag später ganz früh zeitig mit der fähre nach heisingi fahren um dann am gleichen tag im hellen noch in st petersburg anzukommen bei unseren lieben die anna ja ja so freunde in lettland kurz nach rega erst mal mehr kontakt etwas windig heute anna no bitch left angst Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bin ich aber gespannt was es gibt, zum Mittag hier an der Ostsee in Lettland, vielleicht eine lettische Spezialität, ne Eierkuchen, Tommy es gibt Eierkuchen, das sag ich doch.